Jo, so, weiter geht's. Jo, es schüttet und schüttet und schüttet. Jetzt regnet es hier in Minecraft. Bis zur Flut. Huaha. Jo, das Dach haben wir fertig. Ich würde sagen, wir gehen schlafen erstmal. Fört auch der Regen mal auf. Ja, sehr nett. Jo, das Dach haben wir. Haben wir, haben wir, haben wir. Dann können wir ja mit dem Lager weitermachen. Naja, viele Stufen habe ich jetzt nicht mehr. Hm, ich überlege gerade, ob ich das flach lasse oder auch ein Dach mache. Ach nee, das ist ja noch gar nicht fertig. Ha. Da fehlen ja noch an den Seiten was. Dafür brauchen wir aber Kobbel. Und das werden wir uns jetzt besorgen, indem wir den Keller weiter ausbauen. Na, 36 haben wir noch. Ein bisschen mehr kann es ruhig sein. Dann werden wir mal fleißig in die Spitzhacke schwingen. Auf das wir vier Kobbel kriegen. Ja, ja, so ist das. Hier muss ich auch nur überlegen, mach ich denn nur zwei hoch oder... naja, aber ich weiß nicht. Schwere Entscheidung. Mit dem Dach da bin ich mir auch noch nicht sicher, ob ich da jetzt mal, ob ich da ein fettes Fenster reinmache. Oder... ...kommel und kleine Fenster. So, haben wir nächstes Licht hier. Ich reiß die Wand noch ein, dann gucken wir erstmal. So, Knopfchen 64, lustig. Und nochmal 47. So. Noch ein Hör, noch ein Hör. Natürlich kommen wir da nicht dran. So. Ich glaube, ich... Ich muss denießen. Ich muss denießen. Ja. Ähm, 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 ähm. Ich fände es als wäre ja auf der Höhe. Ich glaube, ich mache etwa... Ja, ja. Ich habe die Idee, ich weiß jetzt, was ich mache. Zack, 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 zack. Zack, 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 zack. Das ist wieder ein Zorro-House-Fenster. Und dann hier vielleicht noch... ...ein kleines Zweier. Ja, so mache ich das. Lulaa. Wird schon aussehen. Wenn nicht, machen wir das nochmal anders. Vielleicht, äh, 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 ist dann wieder doof. Wenn nicht hier unten ein Koppel wäre, wäre das auch besser. Müssen wir dann später von außen mal schauen, wie das aussieht. Lalalalala. Zack, 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 zack. Null ein, ja. Naja, wenigstens reicht der Koppel. So. Guck mal, wir haben sogar ein bisschen Glas noch. Müssen wir nur gucken, ob wir hier unter, äh, drunter nochmal so von da... ...tier oder, mhm, naja. Wäre natürlich besser, wenn die ganze Wand, da das Stück noch Koppel wäre. Aber dann sieht das hier draußen so blöd aus, dann ist das ja zweischichtig. Nee, das geht nicht, glaub ich. Ah, ah, ah. Erstmal müssen wir uns um Glas kümmern. Damit wir die Schotten dicht haben. Aber wir haben keinen Sand. Ah, 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 ah. Oder vielleicht im Lager schon einsortiert, weiß ich jetzt gar nicht. Nee, wir haben fast gar keinen Sand. Gucken wir euch im Lager vielleicht was einsortiert haben, aus Versehen. Schon. Guck mal, hier war Gemüsezeug, hier ist Erde. Nee. Nee, nee, da haben wir nichts. Nö, kein Sand. Müssten wir erstmal Sand besorgen gehen, irgendwo da, bald. Naja, Sand ist ja nicht unsere Problem. Ja. Sand, Sand. Oh Gott, Sand habe zu viel eigentlich. Die ganze Welt besteht fast aus Sand. Ha, ha, ha. Tja, so ist das. Jetzt wird erstmal abgeerntet hier. Und natürlich gleich wieder gesetzt. So müssen wir dann nicht hinterher, doof und dämlich hin und her und alles neu setzen. So haben wir jetzt sofort. Wir können ja eh noch kriechen, damit wir hier nichts kaputt machen. Da müsste immer noch Wasser rein. Wie viele Samen wir haben, ey. Wie können wir die jetzt so wild bepflanzen? Hey. So. Haben wir 54 Weizen. Sehr schön, sehr schön. Melonen und Kürbis brauchen wir auch noch. Hä? Ah da. Warum bist du hier so doof? Ah ja, der Weg muss auch noch gemacht werden. Haben wir Kies dabei? Nö, haben wir überhaupt noch Kies? Glaub auch nicht. Kies finde ich ist ja auch immer so eine Sache. Okay. Wenn man es nicht braucht, ist es überall. Wenn man es braucht, findet man es nicht. Das ist immer ganz toll. Müssen wir auch das Haus noch einrichten. Himmel, Aschen, Wolkenbruch. Und Diamanten langsam müssen wir auch mal besorgen. Genau, ich bringe direkt ins Lager, bevor ich wieder anfange, hier alles durcheinander zu wurschteln. Ey. Ein paar Weizen haben wir glaube ich noch in der Kiste da drüben. Daraus machen wir gleich Brot. Mensch. Ich sag mal, wir haben aber ohne Ende schon. Jetzt wird Brocken. Wir sind Brocken gebrocken. Hä? Haben wir doch schon wieder... Was haben wir nicht? Weizen? Lol. Ich dachte, wir haben hier noch was. Nö. Aber zu Karo gehen wir auch schon mal ein mit abbauen. Damit das wieder nachwachsen kann. Haben wir ein zu viel abgebaut, hier. Oh, das wird jetzt schon wieder dunkel, der Junge. Das ist nicht schön. So schnell wird es immer dunkel. Oh na ja, das war es doch schon wieder für die Folge. In der nächsten gehen wir ein paar Monster verkloppen. Und wir werden mal wieder ein paar Level kriegen. Okay. Dann bis zur nächsten Folge. Der Folge der Monsterklopperei. Tschüssi. Ja.